Hallo, herrliche Leute, willkommen zurück bei Warframe, wo ich mich mit... Erstmal ein bisschen leiser drehen muss, weil ich euch nicht die Ohren abschreie. Mein erstes Schmuckstück vom Void-Händler habe, das was man hier rechts sieht, die Prisma Gra Cutter. Und ich werde euch gleich zeigen, wie das funktioniert, aber erstmal werfen wir einen Blick auf die. Die ist nämlich ziemlich cool. Hier haben wir, sehen wir schon Prisma Gra Cutter. Wenn ich draufgehe, sieht man ihre Stats so ein bisschen. Hab jetzt bisher nur ein Schadensmod drauf. Könnte vielleicht noch einen Schnellauflöser schon mal mit drauf machen, weil das von Punkten alle passt. Das Ding ist bisher unge... äh, kommt ungeformat. Und sieht halt so aus, da sieht man es noch ein bisschen größer. Hier kann man es in den Hintergrund sehen. Ist eine Variante der Gra Cutter, die wir ja irgendwo noch rumfliegen haben. Genau, da ist die normale Gra Cutter, das hier ist die Prisma Gra Cutter. Ähm, man sieht hier schon die Unterschiede, die vom rein ohne gemoddeten Effekt. Die Gra Cutter selbst lädt länger, hat ein halb so großes Magazin, hat einen geringeren Crit-Multiplier und eine etwas geringere Feuerrate. Die Feuerrate sind natürlich immer noch ziemlich schnell. Aber die Prisma Gra Cutter ist halt, ja, lädt besser. Also hat man das Magazin schnell gewechselt, hat doppelt so großes Magazin, was mich ja bei der Gra Cutter tierisch gestattet, dass das so schnell leer ist. Ein bisschen höhere Crit-Damage ist natürlich cool. Genau, ich glaube bei beiden Leichtfeuerrate macht nicht so viel Unterschied. Wichtig ist halt bei beiden. Sie haben eine unheimlich hohe, äh, Stat-Proc-Chance und eine unheimlich hohe Crit-Proc-Chance mit 25%. Das macht das Ding so unheimlich cool im hinteren Spielverlauf, weil dann kann ich das halt auf, äh, Status-Effektor und Crit-Divage gehen und damit massig Schaden raushauen. Und ja, das ist einer der Dinge, die man vom Void-Händler bekommt und daher werfen wir heute mal einen Blick drauf, wie der funktioniert. Da sieht man ihn nicht, aber wir sehen ihn, also man kriegt keine Mitteilung davon, soweit ich das gesehen habe. Aber man muss halt das passende Relay finden. Im Normalfall bei uns im Clan war direkt jemand, der uns Bescheid gesagt hat, hier, da und da ist das. Und insofern kann mein Chat sich hier heute nicht verbinden. Witzig. Ähm, und zwar ist er diesmal auf Merkur. Aber dafür muss man so, glaube ich, nur, also immer hier im Tenno-Relay, das ist quasi normalerweise so Sektoren, wo man sich treffen kann zum Quatschen mit anderen Spielern. Und die, man braucht immer einen bestimmten Master-Rang, um da reinzukommen. Der hier braucht man, glaube ich, Master-Rang 2 oder 3, also das wird am einfachsten zu bekommen. Das ist ja auch die Anfangswelt, äh, was das halt dementsprechend leicht macht. Und da findet man den ziemlich direkt. Das können wir mal springen. Renne ich auch mit Waffen rum, kann ich es aber nicht nutzen. Normalerweise hat man halt da unten auch einen Chat von diesem Sektor. Wobei ich ganz funktioniert, weil ich weiß nicht, wenn da Leute reden und ich denke, die meinen mich und dann tun sie das gar nicht. Kommt hier halt durch so einen Hangar rein, da landet jeder. Und dann ist man hier in dem Ring, was die mich aussieht. Und hier sieht man auch schon den Void-Händler stehen, das ist dieser hier. Ja, genau, der hat, der holt aus dem Void Items mit raus. Das sind Sachen, die man sonst im Void so nicht bekommt. Diesmal hat er halt drei Stück im Angebot. Umsinn ist immer kostenlos, sehr schön. Diese Dinge braucht man hier. Man sieht schon, man braucht dafür viele Credits auch. Wobei, ich hab da einige dazu, vielleicht noch ein bisschen mehr. Die Prisma-Grad-Karte hab ich mir schon geholt. Die brauchen halt diese Dukaten hier. Das sind Void-Händler-Dukaten. Und man sieht hier auch, wie lange er noch da ist. Dann kommt er in zwei Wochen wieder. Das heißt, wenn ihr das hier seht, ist der schon vorbei. Einfach, weil ich mal ein paar Tage im Voraus aufnehmen muss. Weil es sich einfach nicht machen lässt, da so viel, äh, immer so zeitnah zu arbeiten. Aber in zwei Wochen kommt er wieder. Das heißt, darauf solltet ihr euch dann vorbereiten. Ähm, wie gesagt, doch hier Dukaten. Hier gibt's dann noch das Primed Target Cracker. Das ist den Crit-Schaden bei Pistolen massiv. Und ein Primed-Bot ist halt besser, braucht weniger Energie. Ist bereits voll ausgebaut an der Stelle. Wobei, nee, ich glaube, hier sieht man ihn voll ausgebaut. Man kriegt ihn aber nicht voll ausgebaut. So rum. Aber da sieht man halt, was der hinterher kann. Ähm, ich weiß nicht wirklich, ob es da irgendwelche Regeln fürs Einsetzen gibt. Ich hatte was gehört von Primed-Mods, gehen nur auf Primed-Waffen. Oder halt bei, für Warframe-Mods halt nur auf Primed-Warframes. Das weiß ich aber nicht sicher so viel. Ich hab noch keinen, konnte ich noch nicht ausprobieren. Und hier haben wir noch einen Skin Day of the Dead. Was an sich ziemlich cool aussieht, aber halt viele kostet. Also die Frage, wie kriegt man Dukaten? Ich hab noch zehn Stück. Ähm, neben dem hier gibt es hier diese beiden Kiosk-Dinger. Dort kann man seine Prime-Sachen für Dukaten verkaufen. Und da seht ihr schon, die geben jeweils Punkte zwischen 10 und 50. 50 ist das Beste. Ähm, und darüber kriegt man was. Und das ist genau der Weg, wenn man die sammelt. Ich werde hiervon jetzt nichts mehr verkaufen. Weil das alles Sachen sind, die ich behalten will. Aber prinzipiell ist der Weg dazu, wir sammeln uns Prime-Teile. Und zwar alle Prime-Teile halt immer. Das heißt, am besten Farben im Void. Und verkaufen diese dann. Äh, wichtig ist, er nimmt sowohl Blaupausen, zum Beispiel hier oben in der Systemaufphase, er nimmt aber auch das Rhino-System selbst. Und es gibt Sachen da, gibt zum Beispiel, äh, der Helm, hier zum Beispiel Void-Prime-Helm Blaupause gibt, gibt 20. Der Void-Helm selbst gibt 50. Und ich muss mir davon auch nochmal einen craften. Ich hab halt die für 50 verkauft, weil dann gibt man halt mehr Dukaten daraus. Der hier gibt auch so schon 50, also es schwankt so ein bisschen. Einfach zu bekommene Sachen geben halt nicht so viel. Zum Beispiel die Paris-Prime-Unterteil. Und die Seen geben halt nicht so viel, weil die sind leicht zu farben. Orthos-Prime zum Beispiel, den ich hier verwende, gibt halt auch kaum was, weil der halt leicht zu bekommen ist. Nova-Prime gibt auch nur 10, ey. Boah. Nix-Prime gibt 50, das nutze ich schon mehr. Ähm, paar Sachen will ich halt jetzt halt behalten, weil ich mir die irgendwann auch bauen will. Aber zum Beispiel auch die Carrier-Prime haben wir mehrfach gefarmt. Äh, Akryos, die Dinger geben unheimlich viel. Und die kann man zum Teil halt ganz gut bekommen. Ähm, ja, Wert der Stapel sieht man da, das ist eigentlich auch schon alles. Man könnte hier natürlich auch noch sortieren, dass man halt sieht, was gibt mir das meiste, was will ich davon vielleicht verkaufen. Ich persönlich sortiere aber am liebsten nach Wert, weil, äh, nach Namen, dann hab ich den besten Überblick. Und diese Punkte muss man sich halt sammeln. Und das ist halt, also ich muss tatsächlich sagen, mir gefällt das so, beziehungsweise beim ersten Mal sehr gut, weil ich hab da, also ich hab in den letzten Tagen so ein bisschen das Gefühl gehabt von, ich farme halt momentan nur, um meine Sachen aufzuleveln. Und jetzt hab ich halt einen Grund von, ich farme Void, äh, für Teile auf Vorrat. Ich hab zwar noch einen Haufen Sachen, die ich mir bauen muss, aber da ich meine Sachen noch nicht ausgebaut hab, hab ich da halt noch nichts vor, weil ich halt erstmal Dinge ausbauen muss. Hm, und dementsprechend war das halt mehr so ein Punkt von, ich sammle. Wir können, wenn wir da nochmal wieder zurückgehen, mal gucken. Ich hab nämlich, wir haben nämlich unheimlich viele Schlüssel verbraucht. Wir haben gestern mit einigen Leuten vom Clan und auch noch ein paar anderen halt ziemlich ausgiebig gefarmt. Sind dafür dann hier jedes Mal den Void rein. Und da sieht man halt schon, mein Spektrum, mein Schlüssel ist ziemlich begrenzt mittlerweile. Meiner Erfahrung nach, der beste Weg, um leicht gut Teile zu farmen zu können, sollte man ein paar Sachen überachten können. Das allererste, T1 ist ein bisschen zu farmen ätzend, weil T1 kriegt man oftmals anstatt einem Prime-Teil oder etwas Sinnvollen nur einen Schlüssel für den nächsten Turm. Was natürlich dann quasi heißt, ich kann den nächsten nochmal machen, aber es ist halt verschwartene Zeit. Und man hat halt hier auch noch mit die höchste Chance, so wie ich das beobachtet habe, Forma-Blaupausen zu bekommen, die halt nichts wert sind an Dukaten. Klar, irgendwann braucht man Forma, aber erstmal für den Aspekt sind die nicht so hilfreich. Also am besten sind wir auf T2 anfangen. Und die beste Mission meines Erachtens, zum Schnelldinge zu farmen, ist Gefangennahme, Capture. Denn die schafft man selbst in T4 in zwei bis drei Minuten, wenn man ein volles Team dabei hat. Wenn ich sie alleine mache, vielleicht fünf Minuten, weil ich dann ein bisschen brauche, den Boss kaputt zu haben. Aber wir sind dann mit vier Leuten rein, zum Bossrennen, umhauen, Boss schnappen, wegrennen, fertig. Und das geht in zwei bis drei Minuten. Und in meisten Fällen, gerade auf T4, kriegt man dann halt ein Prime-Teil. Und wenn man kein Prime-Teil bekommt, dann hat man auch ein paar andere nützliche Sachen. Und wenn man ein Prime-Teil bekommt, dann hat man meist auch Sachen, die gut was wert sind. So, dass sich das halt richtig lohnt, da Dinge abzurasen. Nächste beste Alternative, in meinen Augen, Auslöschung. Wenn man einen Warframe hat, der das sehr schnell kann. Wir haben dann zum Beispiel den Calvars dabei gehabt. Der ist mit Ember rumgerannt. Da haben wir das halt auch innerhalb von fünf Minuten durchgehabt. Gibt halt auch wieder ein Prime-Teil. Man kann auch ein paar andere Sachen machen. Wir haben Abfang zum Beispiel probiert. Ich weiß gar nicht, ob ich da selbst überhaupt noch Schlüssel für habe. Ich glaube nicht allzu viel. Haben wir probiert. War dann ein bisschen das Problem, dass wir da halt einfach lange drin bringen. Und wir waren mit zwei... Uns sind zwischendurch zwei Spiele ausgefallen. Dann waren wir noch zu zweit. Damit war das halt nicht mehr vernünftig machbar. Was halt kacke ist. Dann haben wir... Also man braucht halt nicht mindestens drei, um die Punkte zu sichern. Überleben geht auch. Aber überleben halt so ein bisschen das Problem von... Man braucht halt fünf Minuten für eine Rotation. Wir haben irgendwie Überleben zwei gemacht. Die ersten beiden Rotationen waren Formas. Die zwei... Also die beiden A-Rotationen waren Formas. Die B-Rotationen waren Credits. Oder ne, waren ich glaube fünf goldene Mods. Ja, super. Und dann in der C-Rotation kam dann ein Prime-Teil, was 50 Punkte wäre. Da war es dann wieder okay. Aber im Schnitt will man ja schon pro Rotation zehn Punkte machen. Was das halt ziemlich nervig machen kann. Ähnlich sehe ich persönlich auch bei Verteidigung. Finde ich persönlich auch nicht so schön zu fahren, weil es auch langwierig ist. Und Verteidigung gerade... Und auch Mobilverteidigung ist das Problem. Also Mobilverteidigung geht alleine, gibt aber halt einen Drop. Oh, wow. Dafür, dass man Zeit setzt. Verteidigung geht alleine ziemlich schlecht. Meiner Erfahrung nach. Das ist halt ziemlich ätzend. Dementsprechend auch nicht so. Also wie gesagt, am schönsten ist Gefangennahme, wenn man da Schlüssel an Massen hat. Ich werde jetzt auf jeden Fall in der nächsten Woche zusehen, dass ich mir angucke, wie ich gut Schlüssel farmen kann. Was ja schon geht. Was ich schon oft gemacht habe, ist hier auf Erde einfach Lua abgrasen. Wenn ich es dann finde. Ich glaube, Lua müsste eigentlich hier drunter sitzen. Nein, tut es nicht. Das ist Halloween-Event. Stimmt, da ist Lua so rum. Wo man halt im Schnitt in der B-Rotation zumindest einen Schlüssel bekommt. Was man halt ganz gut machen kann. Ich werde mir aber nochmal weiter angucken, weil man meist in Dark-Sektor-Sachen bessere Chancen hat. Und ich habe hier mittlerweile übrigens auch die Möglichkeit für das Elbtraum-Farm. Da ich hier alle Missionen durch habe, kann ich ja den hier in Tatvariante Albtraum machen. Habe ich bisher aber keine. Wobei, könnte man gleich ausprobieren. Aber der ist eigentlich gefühlt recht schwer, dieser Boss. Auch recht nervig. Und so viel anderen habe ich das, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Hier fehlt mir noch eine Mission im Archwing auf Mars. Und Mars war, glaube ich, auch ein Boss, den ich nicht so cool fand. Der Sarge auch dachte, es wäre okay, sich das hier noch machen. Könnten wir gleich eigentlich ausprobieren. Vorher noch zu einer kleinen anderen Waffensache, die ich schon wieder fast vergessen hatte. Und zwar meine Zweitwaffe. Sollte ich euch auch noch vorstellen. Da benutze ich momentan die Telos-Agbolto, die ich auflevel. Die habe ich von Calvas bekommen als Handel gegen zwei Abdrücke meines Kuvros. Der wollte gerne Abdrücke meines, wie heißt das, Huraskuvros haben. Und da ich das Ding hier durchaus brauchen kann, und das halt nicht so viel Arbeit ist, solche Abdrücke zu machen, hat er mir die dafür verkauft. Finde ich ganz cool. Soll noch ziemlich gut sein, aber ich habe sie halt noch nicht wirklich ausgebaut. So, ähm, dann machen wir das mal, weil Albtraum-Sachen sind auch etwas, was sich lohnt, auf Dauer zu farmen, weil man halt coole Mods daherbekommt. Und mir fehlt halt die hier noch. Wobei, das ist mobile Verteidigung. Habe ich da wirklich Lust zu, nicht wirklich. Ich glaube, ich stelle mich da, der Händler ja noch zwei Tage ist, jetzt stelle ich mich tatsächlich lieber hin und mache mit euch hier irgendwie eine Mission. Ich glaube, ich mache mich jetzt tatsächlich für die Aufnahmen überleben, weil meine Aufnahmen brauche ich ja eh recht lange. Da kann ich hier was farmen. Aber so für Einzelsachen, wie gesagt, Gefangennahme ist top. Das hat mir Mordspaß gemacht zu farmen. Da habe ich mich hingestellt und habe irgendwie, ich hatte, glaube ich, alleine acht T2-Schüssel, die ich durchgehauen habe oder so. Und da kommt es euch natürlich auch entgegen, wenn ihr euch dafür mit Leuten zusammenschließt, aus dem einfachen Grund, ihr holt mehr aus den Schlüsseln raus. Wenn ihr quasi alleine seid, holt ihr mit einem Gefangennahmenschlüssel, holt ihr im Schnitt aus einem, also wir gehen der Annahme, man kriegt vor einem Gefangennahmenschlüssel ein Void-Item. Das ist natürlich nicht immer so, muss man dazu sagen, aber wir machen es vor die Überlegung einfach mal. Wenn wir davon ausgehen, dass wir einen bekommen, kriegen wir aus einem Schlüssel einen Void-Teil raus. Wenn wir mit vier Leuten spielen, kriegen wir aus einem Schlüssel vier Void-Teile raus, weil halt jeder eins bekommt. Und natürlich, die anderen haben auch Schlüssel, die sie bereit sind, mit euch zu teilen. Was dann halt wiederum heißt, ihr setzt ein paar Schlüssel ein, die setzen ein paar Schlüssel ein, na, da geht es ja noch nicht lang. Die setzen ein paar Schlüssel ein, und im Endeffekt kommt ihr halt auf mehr Gefangennahmeschlüssel, die ihr alle zur Verfügung habt, und damit halt auf mehr Loot. Halt schnell. Also prinzipiell ist es immer ein Segen, wenn dann irgendwie nochmal ein Spieler dazukommt, der hat gesagt, ja klar, ich habe ein paar Gefangennahmeschlüssel. Boah, super, haut direkt rein. Da müssen wir nicht weiter Auslöschung fahren. Und jetzt klingelt es gerade verdammt. Das ist echt ätzend. Da muss ich mal fix die Mission abbrechen und die Aufnahme abbrechen. Tut mir leid, aber das ist unter Umständen wichtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.